Hey, guck mal hier! Scheiße! Ja! Was? Kamera! Was ist das für ein alberner Quatsch, oder? Nicht? Nicht! Ich hau ab in den Grund. Das ist für ein alberner Quatsch, oder? Du schalt mich durch auf Niemann! Guck mal! Nein! Jetzt geht es rund. Jetzt kommt ein Gebäude, da haben wir eben ... Die Außenansicht kommt, wir blenden die jetzt ein. Hallo, Ballo! Richtig schön, das alte polnische Gemäuer. Wir sind am nächsten Lost Place angekommen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein altes Herrenhaus. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt gefahren? 30 Minuten sind wir jetzt gefahren, ungefähr. Waren noch schön einkaufen, haben was gesnackt. Und da vorne wartet das nächste Gebäude. Wir können ja irgendwie mit der Drohne nachher noch was erreichen. Ob man da noch ein bisschen Wasser kriegt? Ich check mal kurz. Ey, es ist definitiv ein altes Herrenhaus. Guck dir mal die Platzierung da an. Das ist ganz typisch. Wow! Ey, erstmal gehen wir da rein. Was ist denn das bitte schön für ein langer, schmaler Flur? Hier geht auch gleich eine alte Heustreppe hoch. Ey, da vorne gibt es eine richtig große Treppe. Ey, was ist denn das für ein tolles Bein? Ich brauche die hier hochgehen, weil die Treppe so spannend aussieht. Ja, das geht mir genauso, Matze. Wollen wir erst Erdgeschoss machen? Ja. Ey, guck mal, das ist so ein schöner alter Keller. Ja. Es war zu gemüllt hier. Ey, also diese Türen sehen ja stark aus. Ich muss das echt nochmal sagen. Wow, sind das alte Gemäuer. Wie alt wird das Haus sein? Das ist doch richtig eine alte Villa. Das ist doch hier, keine Ahnung, 18 bis Jahrhundert? Bestimmt. Aber alleine schon diese schmale Flur, das haben die ja auch so früher geholt. Oh, okay. Die Kellerstruktur kennen wir auch schon, ne? Wow, ist das langer Gang da hinten. Ja. Ist ja ein Riesengebäude. Oh, hier sieht es aber... Ey, das ist ja gar nicht so riesig aus. Hier ist gerade kalt drin, wa? Ach, wie alt die sehen neue aus. Oh, hier sieht das schön aus. Da freuen wir uns über so eine Ruine. Wir freuen uns immer über so... Wir sind ja auch Architekturfreunde. Wir sind ja... Das kann ich ja auch mal sagen. Was mich nicht interessiert generell an Lost Placen ist, ich möchte keine alten Schlüppis von Omas entdecken, die vor 10 Jahren verstorben sind. Das will ich nicht. Nee. Ich möchte nicht an irgendeinem gedeckten Tisch ran gehen, wo vor 10 Jahren noch Oma Gobi gewohnt hat. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich möchte so was. Ich möchte Architektur, ich möchte richtig alte Gemäuer. Ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir unsere Lost Placer-Kategorie neu erfinden, aber ich bin nicht der Lost Placer, der diese Scheiße macht, die die ganzen Leute machen, sondern... Ja, liebe ich. Ey. Vor allem, wo man sich so ein bisschen fragt, was war hier mal, wie sah das vielleicht aus, wo man auch so ein bisschen seine eigene Fantasie mal spielen lassen darf. Und nicht so ein verkacktes Einfamilienhaus, wo Eberhard und Renate vor kurzem noch gefrühstückt haben. Das brauche ich nicht. Nee, wahr? Wenn sie dann immer alle schreiben, alles noch da. Ja, nee, will ich gar nicht alles noch da. Ich will das nicht. Ich möchte sowas hier. Ui. Sowas, liebe ich. Das ist mein Lost Placer. Und gleich so eine richtig knarze Treppe nach oben gehen. Oh, oh, guck mal hier. Damit habe ich das ja gar nicht gerechnet. Mit einer Falltür. Guck mal. Nein. Das ist ja stark. Ey, du gehst hier hoch und da ist eine Falltür. Ist das cool. Aber die hängt schon ganz schön durch. War die nur noch gestützt? Die Sitter mit den Schreiten. Ist ja stark. Ja. Guck mal, hast du die Video überwacht? Ja, diese Treppe. Hast du hier sehen? Ey, diese Treppe. Was? Bestimmt. Video überwacht. Ja. Da bin ich mir ganz sicher, dass hier Kameras stehen. Hier würde es dann rausgehen. Alles klar. Ah, okay. Okay. Was ist denn jetzt? Also. Warte. Okay. So weit jetzt. Weins. Ey, guck mal. Dieses alte Treppengeländer. Ja. Warte, das ist doch. Guck mal, die Verzierung hier. Das ist bestimmt. Ist okay. Ich sage, das ist in Ordnung. Okay. Ja. Den Keller haben wir jetzt durch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieht das krass aus. Ich mag ja, wenn das hier so runtergeblättert ist. Sieht einfach. Also, das wäre jetzt hier mein WG-Zimmer. Ja? Ja. Oh, hier sind wir in diesem runden Bereich, Ben. Komm mal, ich komme. Komm mal, ich komme. Oh, das ist ja richtig Villa, wa? Ja. Oh, wie hoch diese Tür ist. Ja. Oh, ein Riesenteil hier. Oh nee. Und eine Kloschüssel in der Mitte. Na ja, ich hätte jetzt einen Flügel erwartet. Aber, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Aber haben wir zugenagelt hier. Ja. Richtig alter, schöner Balkon mit einer Parkanlage. Zu sehen sein, ja. Baumhännchen, Beutel. Ist hier eine tote Tierdritte? Falls du eine Tragetasche brauchst, hier wäre eine. In Friedrichshain wird soweit benutzt, das zeig ich dir. Ja. Eine Etage höher, würde ich sagen. Hier muss ja irgendwo die Falltür. Ist aber verwinkelt, wa? Das ist ganz seltsam. Ja. Du hast aber recht, das ist ja wirklich sehr verwinkelt hier. Ich habe gerade hier die Toiletten gefunden, also das Bad. Sieht ein bisschen lustig aus. So mehrere Kloschlüssel nebeneinander. Achso. Ja, hier, irgendwie rosa Tür. Oh, ey, come on. Der Karre-Ofen. Hier. Boah. Da hätte ich ja auch mal kurz eine Frage an euch, liebe Community. Wer von euch kennt aus der Kindheit dann noch einen Karre-Ofen? Ich hatte das Vermögen. Ja. War noch zu Grundschulzeiten. Aber stark. Aha. Falltür? Ist das die? Ach, hier ist der Haupteingang. Aber wo ist denn die Falltür? Wo waren die Falltür nur? Jetzt mal ohne Scheiß, die Falltür war doch hier. Oder ist es das hier? Ich sag ja, da war Beton drüber. Ja, guck mal. Ich hab's hier drüber gefunden. Ja, das wird's sein. Wieder so ein Lift? Geräusche. Ich hab Geräusche. Ich hab Geräusche. Musik. Ja, das ist Musik. Yes, baby. Ja, das sieht ja wirklich sehr opulent aus. Wow. Oh, ich wollte mal erst mal getrennt von der Nähe. Ja, sieht erst mal stabil aus. Ja. Ja. Hey, guck mal her. Scheiße. Bin. Ja. Was? Komm mal raus. Ja. Nicht genau. Ja, ich hab's hier übersehen. Scheiße. Na komm. Komm mal schnell ab. Ja? Ja. Ja. Was für ein alberner Quatsch, oder? Ja. Aber der wird ja lange brauchen, bis der hier ist. Wir wissen nicht, wo der hier sitzt, ne? Hm. Die hat sogar rot geblinkt, ne? Ja. Siehste? Da war das Schild im Keller. Tatsächlich sinnvoll. Ey. Wollen wir noch einmal nach ganz oben kurz, wenn der eh uns jetzt einen Ping hat? Komm, einmal noch hoch hier. Das ist ja die Kamera. Wir sind ja sozusagen auf der höchsten Etage. Ist die da? Ja. Seht die dich? Ne. Hier ist wieder das runde Gebäude. Wow. Sieht hier so schön aus gerade. Ah Leute, da hinten hängt leider eine Kamera. Ich glaube, die Kamera interessiert auch kein Schwein. Vor allem mit dem Knarzen, oder? Ey, kommen wir jetzt hier runter, wo wir angefangen sind? Ja, da kommen wir in den Keller. Die Ratten verlassen das jetzt. Ah, aber die Seite. Aber die Seite vom Keller. Also, hab mich noch drüber lustig gemacht vorhin. Da hängt in diesem echt uralten Gemäuer eine Kamera. Ich geh nochmal die Treppe hinten hoch. Ich bin so interessiert. Hallo, es ist hoch mit dir. Ich komm mit. Mich ging dann genauso. Oh, aber richtig. Hä? Das ist ja ganz anders jetzt hier, wa? Hä? Hat man den Zugang vorhin noch gar nicht gehabt? Mhm. Aber wir machen es schnell. Was ist denn hier los? Guck mal. Ich geh noch eins höher. Ah, hier geht es noch eins höher, Ben. Und? Wie ist es da oben? Hä? Ist auch so schön? Wir haben es etwas eilig. Und ich will noch einen Gick da hochwerfen. Was wäre denn die dünste Etage? Oh, Dachstuhl. Was für ein Dachstuhl. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Ich bin jetzt raus hier, oder? Oh, das lädt hier so ein noch, um zu gucken. Ach, Mann. Die Tapete hier, warte sie. Hä? Die Tapete hier an der Wand. Ich hau ab, Ben. Warte, noch einmal kurz gucken. Nicht rauchen, einen Sessel. Und vor allem, ganz wichtig, keine Fotos machen. Ich hab so ein bisschen, ganz wenig Adrenalin. Ja, schnell zum Auto sozusagen. Was machen wir natürlich noch? Irgendwie kriegen wir das noch hin. Einen kleinen Drohnenflug. Irgendwie müssen wir an der Straßenseite parken da drüben. Oh, ist das eine geile Architektur. Also, ich blende natürlich ein, was hier Phase war. Wie alt das Gebäude ist. Oh, oh, oh. Wir haben gerade einen Ansässigen hier gefragt. Der Ben hat den ausgequetscht. Aber er ist sich nicht sicher, ob die Kamera hier wirklich kommt. Er hat gesagt, es müsste kein Problem sein, wenn wir von außen noch einen Drohnen-Shot machen. Ich glaube, das heißt, wir bekästen die Kamera nun, wenn wir hier auf Białein flogen Nikki und da kommen. Wenn wir, werfen, was hier möchte. Wir haben gesagt, wir haben das vom Ableein flogen. Wir haben es noch nicht gesagt. Wie haben Sie uns vorоротwillig. Wir haben denn da? Das ist ein bisschen zu integriert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018